Es sah so geil aus aus mir. Ich hab doch gesagt, Raphael. Wie so ein brennendes Hütchen, das war da oben erlaufen. Das war ich nicht. Das war ich gar nicht. Michael ist tot. Nein, ich leb noch. Schade. Oh. Habe ich eigentlich jemanden mit der Beerenfalle erwischt? Ne, ne? Es gab eine Beerenfalle? Ja. Da kommt, wer kommt da wieder gegrappelt. Alter, Dalu. Was, halt nein. Was denn? Wie schnell du eben warst. Da wurd schon geschossen. Ich hab die Bank kaputt gemacht. Kapuze schießt immer. Marv macht hier wieder die ganzen Dinger kaputt. Dreiste. Sehr auffällig. Schade. Tut mir leid. Oh, da schießt wer. Oh, hier schießt der. Anne oder Nightshade? Wer von euch hätte hier auf wen geschossen? Schigo, da draußen, da draußen wird geschossen. Bitte nicht hin. Anne, warum machst du da bitte die Brücke? Die Brücke wurde kaputt gemacht, Schigo. Wir kommen ja nicht mehr raus. Hast du auf mich geschossen? Nein, ich hab ne Shotgun. Nightshade hast du grad nach uns geschossen? Ich glaube Nightshade hat auch nicht geschossen. Ich hab auch nur noch eins. Es muss Nightshade, 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 oh! Okay. Das war schlecht getroffen, Freund. Schlecht getroffen. Gut, Schigo. Ich bin da. Das bin ich, das bin ich. Gut, gut. Das hat er gestorben. Kapuze Confirm Traitor. Wir sind hier doch grad zusammen durch Dick und Ding gegangen. Ja, Kapuze. Was muss man denn machen, ey? So, wo ist denn Kapuze? Tod. Boah, einer fehlt noch. Übrigens, ich hab die Silent vom Traitor. Gleich ist sie tot. Okay, Grenz. Natürlich hast du die Shigo. Es sind Grenz und Horchi duellieren. Sie müssen, einer von beiden ist es, Grenz oder Horchi. Moment. Shigo ist noch Proven. Ich bin through. Da hat er recht. Ich bin in Horch. Dalu, hast du getrunken? Ich hab getrunken, ja. Okay, gut. Okay. Prüss. Also weil, also, ja, Grenz und Horchi müssen sich eigentlich gillieren. Hast du ein Radai, Dalu? Da, wo du gerade bist? Und dann sind hier in den Zwillingstürmen, bei den Zwillingstürmen sind noch welche. Ich hab Aua-Bewegchen, kann mich mal jemand heilen? Au! Nicht machen! Aufhören! Ich hab gegen das Fass gelaufen, es hat keiner auf dich geschossen. Doch! Nein! Halt die Klappe! Da läuft noch Good Gaming. Ich kann nicht heilen. Wo bist du denn? Bleib stehen. Hä? Aber... Jetzt vertrau mir. Ja, ja. Toll. Ich glaub Grenz ist es. Nein, ich war eben mit Shigo und Nightshade. Alter, das ist ein Sommer eine gute Idee, Dalu Card. Respekt. Im Raum. Clever. Leider darfst du jetzt nicht mehr reden. Marv, du musst kaputt zur Mitnehmung. Nimm die! Seit wann lebt Marv denn wieder? Marv wo... Da rennt Marv rum. Nein. Warte mal. Er ist... Ach, der Spacko ist doch hier. Da hinten beim Wassertank. Werde ich hier wieder beneidigt von Good Gaming. Ja, da rennt einer als Marv rum. Ey, hier, dafür stirbst du, Junge. Guter Schuss. Ja, so nicht, Nils. Warst du sauer in dem Moment, in dem ich dich erschossen hab? Aber warum? Weil ich hab doch gesagt, vertrau mir. Ja, aber es war ein voller Inno. Weil ich ein Defi noch hatte. Ja, aber... Halt 100% leben. Okay. Stimmt auch wieder. Sie war ja fast tot gewesen. Oh, Mann. Ich hab sie erschossen und hab sie dann wiederbelebt. Dann war sie ja wieder voll. Geht das nicht aufs Karma? Ah, nee. Ja, aber ein ganzer Inno in der Runde ist auf jeden Fall sicherer als ein bisschen Karma zu verlieren. Bei dir bin ich... Mein impsterreichisches Herz platt. Ja, das ist gut. Okay, jetzt bin ich nicht mehr böse zu verlieren. Du hast gerade mit Herz gewandelt. Horsi! Oh, das war dämlich. Da brauchen manche Jahre dafür. Kaputzi! Ich hab's im Sturm erobert. Kaputzi ist die Shotgun böse. Oh Gott, oh Gott. Figo, mach sie wegen Grants. Ich bin mit dem Horsi. Ich bin Böse. 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 Du hast alle Leute gekillt. Echt Hammer. Oh, oh! Lass mich hier in Ruhe alle abknallen, bitte. Danke. Genau. Ist gemein von dir. Ich hab Hunger! Neitsche? Nee, 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 nee. Kapuze? Bist du Inno? Dann ist durch, danke. Nein. Dann schubst mich jetzt. Okay. Nein! Schubst mich! Schubst mich oder ich töte dich! Es war keine Abdi, die ich wollte... Was passiert? Schubst! Über die Holzbrücke und Marv kam leider entgegen. Starten! Fass gerannt. Ach nee, oder? Tut mir leid, Marv. Das ist so gemein. Es war wirklich dumm. Ich wollte auch nur über die Brücke gehen. Über sieben Brücken. Über sieben Brücken. Über sieben Brücken. Wer hat auf dich geschossen, Arv? Ich auf das Fass. Ich hab kein Leben verloren. Was? Dalu? Was? Nein, ich hab auf das Fass geschossen. Weggeschossen? Dalu fliegt! Dalu fliegt! Ich kann ja mal Dalu zum Abschluss... Oh, guck mal, wenn wir jetzt das Prop wegschießen... Oh! Oh! Was ist passiert? Dalu! Ich hab seinen Card angestellt! Dalu! 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 Echt? Dann ist er hier. Schon wieder? Unerwartet. Ja, das ist Horcher, aber er hat keine Money Man in der AWP. Grants liebst du noch? Wo ist er denn? Ah, hey, 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 hey! Lass mich durch! Guck mal, guck mal, guck mal! Wo ist er denn? Unter... Das machst du mit Absicht? Nein, nein, nein! Genau, ich bin tot! Wo denn? Auch Nightshade. Schieß einfach auf mich. Wo bist du denn? Wo? Ey, Nightshade will uns verarschen, ey. Nein, wirklich nicht! Horcher ist auch gestorben. Horcher ist down, ey. Und Nightshade ist sehr verdächtig, Leute, ey. Das war schlimm, Shady. Geh jetzt! Unter dir liegt die Leiche, guck doch mal runter! Was da? Ja, natürlich, Alter! Also ich hab' die vor Welt gelaufen können. Nightshade ist sehr verdächtig. Du bist gut an, ne? Oh! Komm her, Shady! Sprich dein Letztgebiet! Hey, wo bist du? Hier! Ich hab... Ich hab' die VSS von Horchi. Aha! Ne, du hast ne eigene. Ne, das ist die von Horchi. Hat aber nur noch 6 Schuss. Ah, die reichen. Wer lebt denn noch? Ich leb' noch. Nightshade lebt noch. Lebt denn noch? Yeah! Kapuze, ey! Was? Das war wie? Hey! 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 Kapuze, du Arsch! Ich wusste, dass ich dir nicht vertrauen kann, aber ich hatte keine Wahl! Hoffentlich störst du ab, Kapuze! Nein! Ach, Shigo, hast du nicht gemerkt, dass ich direkt neben dir das Fass in die Luft gejagt hab? Hallo! Hey! Ich freu dich! Hey, Lu! Hey, du bist ja böse! Nein! Ich frage mich nur, warum Nightshade das nicht gejagt hat! Das war lustig! Er tanzt da erstmal. Wo ist er denn? Und dann ist er auf einmal oben und Horchi unten. Wo ist er denn? Ich muss ja quasi an ihm vorbeigelaufen sein. Ja, hundertmal! Oha! Oha! Ich hab ihn nicht gesehen! Oha! Los! Horchi wollte Anne grad schubsen. Ja! Anne hinter dir! Oh! Oh! Ich hätte es gesehen, Horchi! Der wird Luft geflogen! Good Aiming ist hier! Good Aiming, jawohl! Oh! Horchi! Ich bin ein Engel! Ah, der Klassiker! Oh nein! Oh Gott, ey! Oh! Wir sehen mich heute nach einem Tod an dem Randdämme! Oh! Au! Oh! Kapuze, an der Landung musst du noch arbeiten! Ja! Ah! Goro? Das ist doof gelaufen! Oh! Wo war das? Ich hab Goro gekillt, aber er ist runtergefallen! Nein! Er war Traitor! Woher weißt du, dass er Traitor war? Weil er vor meinen Augen wen anderes getötet hat! Er hat Punkt dafür bekommen! Ja, okay! Seems legit! Er hat Punkt dafür bekommen! Marv, Kapuze, ihr habt jetzt bestimmt Punkte gekriegt dafür, oder? Oh! Oh! Yes! Ah! Na, vermisst du deinen Kollegen? Marv! Wer ist tot? Ist Marv tot? Ist Marv tot? Ist Marv tot? Vermisst du deinen Kollegen? Ja! Dalu hat geschossen nach mir! Niemals! Ich muss snappern wir hin! Ja, ja, ja! Auf wen snappern wir? Heil dich, Marv! Wanne! Ich hab keine Credits! Ich hab keine Credits! Ich hab keine Credits! Jeder andere hat Schießt, Aschi ist kein Locker! Nein, ich schieße jetzt auch! Er bleibt stehen, Alter! Er hat sich bewegt! Peng! Peng! Ich bin noch confirmed Kapuze! Du weißt, nur mit Peng und so bei mir ist nicht so gut! Ja, ja! Oh, lauf! 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 Hatschaps! Oha! Oha! Goro ist es! Ach ne, den hab ich ja schon getötet! Wer fliegt denn da so? Was ist denn das gewesen? Oh, weggesniped! Hä? Nein, das ist ja was Marv da hinten! Nightshade ist es! Da ist eine Leiche drüben! Wo denn? Nightshade! Auf einem anderen Dach! Wo ist hier denn? Da muss es ja annehmen! Marv, oh Gott! Ist das der echte Marv? Toll, jetzt bin ich im Fani gelten! Marv waren sie nicht! Wo denn? Wer ist es? Wer ist es? Hä? Anne war aber Traitor! Hä? Ich hab Anne getötet! Hä? Nein! Warte! Warte! Dann versteh ich es nicht! So gut weggesniped, glaub ich! Warte! 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 Wer bist du geheilt, Kapuze? Hä, wer ist neigt denn anders? Warum? Warum? Bist du Traitor in echt? Bist du der Detective-Trader? Der berüchtigte Detective-Trader ist hier! Achso? Na? Marv hat sie gekillt, das wieder! Oh. Meinst du dich werdet jemand vermissen, Kapuze? Ich glaube schon! Gehe! Sind drei Leute vielleicht… Hast du noch Angehörige hier aufm Server? Ich geh aber weg. Wuhu, er fliegt. Hey, du hast mich hier mit Dalu allein gelassen. Ich auch kaum, sag ich ja. Er hat mich rausgeschubst, tot. Wenn ihr einen Grandstar rumrennen seht, tötet ihn. Okay. Grands frei zum Abschluss. Ich hab aber abgeschossen, weißt schon. Ist er jetzt frei zum Abschluss? Ja, auf jeden Fall. Er hat die Identität von Dalu geklaut. Anu, hast du mir angepiekst? Dalu kann nicht mehr reden. Warum redet Dalu nicht? Trainertest. Trainertest bei Horchi. Dalu wird wiederbelebt, Leute. Nö, will ich nicht. Tschüss. Ich hab keine Lust. Hör auf damit. Horchi? Horchi ist runtergefahren. Mich hat wer gestoßen. Wer war das? Irgendwer hat mich gestoßen. Wer war das? Sorry. Nightshade. Das war Nightshade. Nightshade, jetzt ist es vorbei. Oh, Leute. Halt, ist Dalu der Letzte? Da ist er, auf ihn. Dann muss es Dalu sein. Okay, Shigo lebt auch noch. Das ist Shigo, Leute. Nein, ich bin's heute mal nicht. Shigo, 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 Shigo. Hä? Nein. Wo ist der Wicht denn? Kauf die goldene Kapuze. Kauf. Okay, Shigo war's. Ich springe. Nightshade wird aber heute nichts erspart. Oh, Mann. Oh, Mann. Hast du gehört? Wen hast du da getötet? Good Gamer. Ich stand die ganze Zeit hinter dir und dachte so, na, was macht der jetzt? Kapuze. Ich hatte einen gewurgelt in der Hand. Ich hab's sogar ... Ich hab noch gelebt, Kapuze, ja? Ja, Kapuze, hat einfach den Schubser getötet. Ah, ja. Ich hab noch gelebt, Kapuze. Ne, wer hat mich dann geschubst? Was ist du da? Nightshade, ey. Nein. Ich hab den Spiel, ja, ja. Ich hab's gesehen. Ach, nee, warte, das war ein Angebot. Wer war das dann? Wer von euch Limmel war das? Na, du weißt es nicht. Warte. Nein. Ich hab den Video bewahrt. Okay, ich weiß gar nicht. Video. Bis das kommt, dass du das dann wieder vergessen hast. Stimmt, deswegen muss mich natürlich ... Der Grandson's noch besorgen. Der Grandson's noch besorgen. Ich schmeiß was. Ja, ja, ja. Ich schmeiß. Da muss ich noch ein Mörtchen reden, der anzuspielen Grandson. Was ist das? Ja, ja. Da ist doch das Haus, muss explodieren. Dann spielen wir jetzt mit dieser Granate. Oh nein, das ist eine Insie. Mach ein Fenster auf! Mach ein Fenster auf! Mach ein Fenster auf! Hau an! Komm mir alle! Ich wollte nicht sterben. Ich hatte ja auch eine Granate in der Hand. Willst du mitfliegen? Da kommt Horshi hier rein. Horshi kommt in das verlassene Haus. Hallo. Oh, da brennt sie, es wird hoch. Ist das der echte Horshi? Äh, Shigo? Geh mal ins Haus rein. Da hat jemand alle weggesnipert, das fand ich cool. Grant, hast du ein Dalu gekillt? Dalu leben. Hier siehst du. Ich habe nämlich eine Schone der AWP. Wer liegt da? Wer liegt da? Wer liegt da? Wer ist das? 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 Wo? Ja, ich war das. Good Gaming ist es. Wieso ich? Ich habe mit der Rifle geschossen. Auf Anne. Nein, auf niemanden. Doch, hat er bestimmt. Einfach geschossen. Kapuze, komm mal kurz. Und hat zufällig schon eine getroffen. Was? Geh mal wieder zurück, Kapuze. Hier. Was soll das denn? Gib mir mal einen Schlag. Schlag mich mal. Geh mal weg. Geh mal weg. Geh mal weg. Ja, ja, ja. Ich habe ihn schon gelernt. Ich dachte, wenn man es abschießt und der kommt aus der Tür. Wie mit alt warst du gewascht, Grant? Was ist da oben los? Nightshade? Ja, ich bin hier. Do the Nightshade. Good Gaming. Hallo, Grant. Ah Gott, die Gaming. Good Gaming ist es. Nightshade hat geschossen. Was? Ich glaube, das war Good Gaming. Die hinter dir habe ich genau gesehen. Wie du stehst. Ich hab ne Diegel. Wieso sollte ich geschossen haben? Hier ist er. Warum schießt du denn auf Kapuze? Du hast geschossen. Nein, ich hab. Warum schießt du denn nicht auf gut Gaming Kapuze? Ich verdammt nochmal. Ich werde das jetzt so da und random ausschossen. Kommt's auf einmal mehr oder weniger auch nicht an. Komm mal. Keine Lust. Warum schießt du? Nee, ich hab. Ich hab. Ich hab. Ich hab. Du stehst daneben und sagst. Gaming ist es. Nightshade. Geht's. Ich würde. Ich würde. Ich gebe mein Karma. Komm hier drauf. Warte, 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 warte. So. Wer auch immer das ist. Ich hab da ne Trailer Kollegen runtergeworfen. Also das ist ein Problem. Nightshade ist es definitiv. Nightshade oder Shigo? Nee, Nightshade. Was? Dalo, wen sagst du? Beide keine Gefahr. Ja. Na gut, dann machen wir erstmal Kaffeekränze, ne? Hast du Kuchen dabei? Ich schwöre, es ist Nightshade. Nein, ich... Au! Ha! 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 Hu! Ha! Ha! Gelegenheit erschießen sollen, aber Marv, der Das hat mich verunsichert, deswegen hab ich auch nicht geschießt. Ich hätte dich beinahe erschossen, ich wollte auf das Fass schießen, in dem Moment kommst du aus der Tür raus und fängst die ganze Ladung ab. Hätte ich das Fass getroffen, hätte ich dich auf jeden Fall mit der Kist bringen. Dann kam die ganze Ladung. Oh Leute, echt. Da freut er sich. Den fand er witzig. Oh Mann! Oh Mann! Och! Nightshade ist gestorben. Ja, mit Och. Kapuze? Wenn Nightshade nicht tot ist, ist er wieder Traitor. Was passiert? Ich bin da runtergefallen. Die Schräge. Dalu ist es! Leute, Dalu ist frei zum Abschluss, ohne Witz. So ein Quatsch! Was hast du denn gemacht? Doch, doch, er hat hier mal getötet! Wirklich, ich verspreche es, Leute. Marv? Ohne Witz! Vertraut mir! Marv und Shigor tötet Dalu, wenn ihr ihn seht! Du bist es doch, friend! Ich schieß dich jetzt einfach an. Warum denn? Wer denn? Ich hab das gesehen! Wer denn? Ey, das ist Stalu, Leute! Ey, jetzt, aber, aber, jetzt werden sie mal bitte ganz ehrlich. Ich hab keinen Kick! Doch, du hast ja wen mit dem Fass getötet! Ich hab das genau gesehen, ey! Warum soll die Sichter nicht abschieben? Der hat sich extra vom Haus gesprungen noch für, um das zu sehen. Marv, warum hast du Horche gerade gekillt? Shigor, töte ihn! Niemals! Siehste? Ich hab nur ein G gesehen! Ich hab nur ein G gesehen, Leute! Ich töte mich selbst! Ich töte mich selbst! Lass mich vom Haus springen! Tu's nicht, Dalu! Lass mich springen, dann seht ihr, dass ich Inno bin! Bechtobin ist Anne! Was? Ich hab überhaupt nichts gemacht! Der Barf steht schon hinter mir! Ich hab nichts gemacht! Dass das denn schon mal geklärt wurde! Okay, jetzt ist auf jeden Fall wieder jemand geschaut! Kapuze war's! Ah, Blödsinn! Na gut, dann kann man Mafia jetzt auch umbringen! Ja, weil er hat ja den Horche einfach gekillt! Dalu, ich hab das gesehen! Warum hast du mich da nicht direkt erschossen? Ich war mir dann nicht sicher, ey! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Tschüss! Marv, warum schießt du Horchi ab?